Moin Moin und herzlich Willkommen bei LPGonji und Rollercoaster Tycoon 3. Ja, wir sind im letzten Szenario, wir haben Folge 62. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vor Rollercoaster Tycoon World hier fertig wären, aber da sich die Anbieter extra ein bisschen Zeit lassen, damit ich hier fertig werde, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Machen wir uns heute an den Unternehmer ran und werden gleich mal als erstes das Darlehen zurückzahlen und irgendwie die 450 Besucher organisieren. Aber ich denke, das werden wir hinkriegen. Ich habe da schon eine kleine Idee. Ich gehe erstmal auf Finanzen und zahle das natürlich zurück. Zack, erledigt. Hätte ich auch fast vergessen, muss ich gestehen. Zum Glück hatte ich eine Aufnahmepause und dadurch hatte ich nochmal kurz darüber nachgedacht. Also hier über den Park, der ist ja etwas schwieriger, zumindest was ich so an Sachen vorhanden habe. Und da ist mir eingefallen, huch, ich habe ja noch einen Darlehen, den ich zurückzahlen muss. Und das wollen wir natürlich nicht vergessen. So, ich gucke schon mal bei Tycoon. Also ich brauche eine Mindesterregung von 7 bei 2 Bahnen. Das heißt, viele Besucher werden angezogen durch Bahnen. Dann gucken wir doch mal. Da wäre schon mal eine. Warte mal. Quatsch. Ich habe jetzt bei Intensität geguckt. Äh. Äh, äh, Mindesterregung. Oh, gut. Das wäre schief gegangen. Okay, die fällt raus. Wobei, letztes Mal ist mir doch die Luftbetriebene ins Auge gesprungen. Hm. Wie sieht es denn bei dem aus? Das sieht gut aus. Das sieht nicht ganz so gut aus. Gucken wir mal. Die nimmt ordentlich Platz weg. So, ich will mal gucken, ob ich die hier oben unterkriege. Und, äh, wenn ja, zu welchen Konditionen? 15. 14. Okay. Wir gucken nochmal durch. Oh, 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 oh. Die sind, äh. Giga ist ganz schön Giga. Giga ist eine zu hohe Liga. Mensch. Das war ein Reim. Da würde sich der... Oh Gott. Ne, ich sag's lieber nicht. Sonst setze ich hier so viel Grütze. Wow. Holzachterbahnen. 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 Holzachterbahnen ist natürlich schwierig, ähm, weil die meistens sehr groß sind. Das hatte ich da gar nicht drauf geachtet eben. 14 schon mal vom Standard her. Das, äh, passt natürlich nicht. Schwierig, schwierig. Hm, Holzachterbahnen ist auch keine dabei. Was haben wir hier? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich ahne. Ich hab eine kleine Vorahnung. Mienachterbahnen haben wir keine... Also, müsse ich selbst bauen. Die, ja, hab ich mir beinahe gedacht. Und wilde Maus wird nicht anders sein. Dann ist die Frage, wenn man jetzt eine günstige nimmt und die zweimal fahren lässt. Das könnte noch was werden. Also, zwei Runden. Könnte der Erregungswert noch mal ein bisschen besser werden. Das würde ich doch mal mit der einfach mal ausprobieren. Aber die krieg ich doch bestimmt sogar hier unten platziert. Locker. Locker vom Hocker. So, das probieren wir doch. Irgendwie hier ein bisschen platzspart. Wenn dann da... Ich dreh sie mal einmal. Ich dreh sie nochmal. Dann haben wir den Eingang schon mal auf der richtigen Seite. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir schon besser. So. Ich teste das erstmal. Und zwar... Geben wir hier Gas. Und zwei Runden. Das machen wir hier schon mal sicherheitshalber. Und dann machen wir so. Und dann fahren wir natürlich mit. Man darf gespannt sein. Ach so, die Frage ist ja auch, es schafft ja noch zwei Runden. Und doch, müsste er. Müsste er hinkriegen. Er hat ja hier wieder die Kette. Ach Gott. Der Bremse ist sogar. Dreh durch. Oh. Schon chillig, ne? Kriegt er die Kette hin? Hallo? Ich hab zwei Runden gesagt. Warte mal. Ich hab doch hier... Ach so. Shit. Stop. Nochmal. Ja, jetzt muss der Test leider erstmal laufen. Gucken wir mal. Da gucken wir jetzt einmal so zu. Aber zwei Runden ist natürlich heftig. Ich glaub ich krieg da gar nicht viel... Ich krieg vielleicht einen zweiten... Ne, zweiter Wagen geht auch nicht. Mal gucken. Ich glaub ich krieg da gar keinen Waggon mehr ran. Das kontrollieren wir gleich. Sag mal, willst du mich veröppeln? Runden... Ach so, geringere Reibung. Oh. Okay, dann wird's nur intensiv. Das ist heftig. Boah. Okay. Mega extrem. Also ich find die jetzt eigentlich gar nicht mega extrem, ehrlich gesagt. Und erregungswert ist ja grausam. Alter Verwalter. Müssen wir eine eigene Bahn bauen? Das darf nicht wahr sein. Hm. Guck mal, wir hatten ja hier oben sonst noch eine... Ich glaub hier, ne? 7,54. Komm, der kriegt jetzt hier mit den zwei Reihen nicht auf die Ketten. Das nervt mich dann schon mal. So, vielleicht passen wir sonst den Boden hier nochmal gleich an. Zack, zack. Ich hoffe, dass ich so viel Kredit bekomme. Muss ich mal grad meine Nase kratzen. Gibt's doch wohl nicht. Hä? Dreht er die nur in die beiden Richtungen? Das find ich jetzt doof. Okay, warte mal. Wenn wir... Da ist der Eingang. So. Mal angenommen, wir bauen das so. Will ich mal kurz drehen. Der muss die Ecke bis dahin... Das zieh ich mal runter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so teuer. Das. Das. Das müssen wir nehmen. Ich glaube, so müsste das reichen. Ich hoffe. Wie der sich zu Tode lädt. Okay. Warte mal. Nee, das reicht nicht. Bis... Die Kante ist schon mal richtig. Nur nach hinten raus muss der nochmal. Eins, zwei... Warte mal. Eins, zwei... Zwei Minimum. Warte mal. Ich hab da gerade noch, glaube ich, eine andere Kante gesehen. Ja. Und die da hinten. Mal gucken. Zack, zack, zack. Hier nehmen wir drei. Sicher ist sicher. Ach toll. Zack. Und hier hinten. Mal gucken. Ja. Achterbahn und ich. Mann, immer die Fälscher. So. Das sieht gut aus. Dann will der jetzt noch 13 Flocken haben. 13,3. Warte mal, wenn ich den jetzt nochmal drehe. Und den Eingang da habe. Na, fast 14. Könnte ich nämlich da... Ja. 14. Kriegen wir so viel? Also 10.000 Kredit. Oh. Helft sogar. Ja. Sehr nice. Dann haben wir heute schon mal in dieser Folge in jedem Fall die Achterbahn drin. Also eine zumindest schon mal. So. Wo ist der Eingang? Da. Drehen. Nochmal drehen. So. Dann platzieren wir das irgendwie mehr so halbwegs ordentlich hier. Das wird ja auch nur halbwegs ordentlich. Aber so machen wir das. sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. So. Dann müssen wir nämlich hier schön steil runter. Ach, das ist ein bisschen anstrengend gemacht. Okay. Das reicht glaube ich schon. Ja. Schön sandig. Der Weg hier. Man sieht's. So. Zack. Zack. Sehr nice. Oh ja. So. Das verbinden wir natürlich noch nicht. Denn wir fahren damit natürlich. Wagen pro Zug. 7. 8. 8. 9. Ja. So. Wir werden ja vor Besuchern uns kaum noch retten können. Bin ich mir sicher. Oh. Ja ist egal. Soll ja schnell gehen. Geringe Reibung. Wollen wir mal gucken mal. Um für diese Bahn hochwertigere Schmierwindel zu benutzen und die Reibung zu verringen, dann ist erhöht die Betriebskosten geringfügig. Ich probiere das mal. Ob der das auf die Ketten kriegt. Und wir fahren einfach mal mit. Wir testen die Geschichte mal aus. Das geht schon mal zügig hoch. So muss das sein. Aha. Hier geht's nochmal hoch. So muss das sein. Oh. Hier über dem Wasser. Oder Wasser entlang. Mehr geht nicht, oder? Oh. Mit Abschuss. Sehr geil. Dafür brauchen wir ordentliches Wartungspersonal. Das verringern wir schon mal auf 10, sicherheitshalber. Schließen die mal kurz. Sehr hoch. Sehr nice. Und der Price geht auf, wir machen mal 490, denn wir brauchen jetzt Asche. Die war ja nicht so günstig. Und das was wir haben, investieren wir einmal in Werbung. Und zwar genau für diese Bahn. Äh. Coupons. Ja. Kostlos. Wir gönnen. So, Magazin für Eltern. Ja. Gucken wir mal. Ja. Heißt der Rollender Donner? Heißt der so? Heißt der so? Heißt du Rollender Donner? Wo sehe ich denn das? Äh. Vorlösfragen. Ja. Wie soll der sonst heißen, ne? Warte mal. Ich geh mir nicht mal sicher. Nicht, dass wir das hier falsch machen. Aber ich würde sagen, das ist äh. Beste Zufall ist hier. Natürlich. Rollender Donner, ja. Sorry. Aber ich vergesse gerne sehr schnell Namen. Aber hier wollte ich jetzt keinen Fehler machen. Rollender Donner, das würde 40, 20, 32. Nehmen wir die goldene Mitte und machen das mal drei Wochen. Dann dürften wir sogar in vier Wochen. Ja, vier Wochen. Ich sehe ganz gute Chancen. Oh, ist denen das zu teuer? Puh, alter Schwede. Dreh am Rad. Ach, Mann. Du hast Glück gehabt, mein Freund. Zwei Personen. So. Dann kann sich der Rest jetzt anstellen. Ich glaube, die Besucherzahlen dürften auch nach oben schnellen. Gerade mit den Coupons. Ich glaube, das Teil wird schon ganz gut ankommen. Da bin ich mir eigentlich sicher. Eigentlich, ne? So. Ja, das ist ein guter Vorschlag. So. Und dann kriegt er auch ein bisschen mehr Geld. Oh. Kriegt er das noch auf die Ketten jetzt? Ja. Irgendwie was, was er mir nicht anzeigen kann. 49. Naja. Das passt. So. Da gehen immer noch sehr viele weg. Alter Schwede. Nur weil ihr mal drei Euro Eintritt bezahlt habt, das kann ja nicht euer Ernst sein. Mann, Mann, Mann. Wir wollen die Hütte ja auf jeden Fall voll bekommen. Machen wir mal ein bisschen schneller hier. Kohletechnisch. Entwickelt sich das endlich positiv. Oh. Mechaniker 2 macht Sperrenzien. Gut. 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 Und dann passt eh nicht mal. Einsp drugs. Wahrscheinlich ist die Masse davon auch noch mit den Coupons. Das ist ja wohl eine Frechheit, dass die hier noch zu teuer ist. Aber naja. Hilft dir nix. So, 100 Besucher noch. Aber das ist schon ordentlich, ne? Das sind fast 40 Besucher, die da immer drin sind. 9. Genau. Ja, nicht schlecht. 36 immer. Das ist schon ordentlich. Da bewegt sich das noch ein bisschen. Kupunkt ist abgelaufen. Aquarium, okay. Ja, passt. Sehr gut. Voll belegt. Viele Besucher sind durstig, ja. Da haben wir natürlich ein Problem, was ich aber nicht lösen kann. Was ich natürlich machen kann. Ich kann Achterbahn, muss ich bleiben. Lehne und Einrichtungen, genau, mache ich mal voll. Schule, ich mache das mal weg hier. Äh, das mache ich mal aus. Das mache ich aus. Das lasse ich mal. Das mache ich mal ein bisschen niedriger und das ein bisschen höher. Verschys Verkaufsstand. Genau, Schoki. Also für Kaufstände können wir, glaube ich, erstmal getrost alles hier hin platzieren. Ich glaube, das wird alles ganz gut funktionieren. Fast 400 und die Kohle kommt Ballons. Das machen wir hier. Wir sind ja hoffentlich sehr euphorisch danach, genau, und kaufen sich schön alle Ballons. So muss das sein. Wie viele Reinigungskräfte haben wir eigentlich mittlerweile? Zwei. Naja. Oh ja. In dieser Folge würde ich das eigentlich gerne noch voll bekommen. Sandwiches. Mensch, ich brauche was zu trinken. Das sieht echt lecker aus. Warte mal. Zack, zack. Schoki läuft. Ballons läuft auch. Sicher ist der Park. Sauber ist der Park. So sieht's aus. Die sind echt frech hier. Okay. Läuft. So, was auf. Wir machen nochmal. Zwei Euro. Zwei Euro. Hilft das? Was ist los hier? Nachthaus. Aha. Ach, die Geschichte. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Gerade für den Preis. Jetzt müssen wir kurz... Genau, da ist der Eingang. Das sieht man so schlecht. Da. Da ist der Eingang. Warteschlange. Wo ist der Ausgang nochmal? Ist der denn hinten? Fand ich eigentlich immer ganz cool. Manchmal hier. Ich glaub der ist da, ne? Der Ausgang. Sieht man gar nicht so gut. Kommen die da auch wieder raus? War das nicht irgendwie an der Seite? Die kommen dann nicht an derselben Stelle wieder raus? Die müssen ja so dämlich warten. Ich krieg das hier gleich wieder gar nicht mit, dass ich das Level gleich wieder schaffe. Zack. Machen wir erstmal 1,70 oder so. Und, äh, Herr Fun. So, mal gucken, ob die überhaupt reingehen. Oder ob die schon wieder rumzocken. Ne. Oh. Da können sogar mehrere auf einmal rein. Ach, das war mir immer gar nicht so... Das hab ich mir gar nicht so mitbekommen. Warte, da wir hier so fleißig reingehen. Machen wir mal 1,90 wieder. Oh, der Regen hat's versaut. Der Regen... Yes. So. So, wir machen Pause. Ähm... In einem Monat kommt ein VIP... Oh Gott, wie viel Attraktionen haben wir denn bekommen? Haben wir einen richtigen Schub bekommen? Äh, ja, ich weiß. Forschungsförderung. Genau, so sieht's aus. Information, Limonade. Großes Riesenrad. Verkaufsstand mit aufblasbaren Artikeln. Okay, klar. Okay, und das hatten wir vorher ja schon. Ähm, das Nachthaus hat's gebracht. Ähm, sehr cool. Ja, und somit sind wir am Ende der 61... äh, 62. Folge. Ähm, ich vermute mal, eine... Noch eine weitere Folge wird nicht reichen. Denn... A, brauchen wir 700 Besucher im Park. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir auch relativ entspannt hin, glaub ich. Mit der Mix Master Show. Aber die zweite Bahn mit Mindesterregung, 7. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle. Und auch noch ein paar Bahnen. Aber auch da bin ich zuversichtlich. Ich schätze irgendwie was bei zwei Folgen noch. Aber wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen da. Schreibt einen Kommentar rein. Und wenn ihr Lust habt, teilt auch gerne das Video. Ähm, ich würd mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Euer Gonschi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.